und ich finde das ist dann nur fair wenn man sagt so ja gut ist nicht mein ding bei dir fucking killer 7 gestreamt wenn dann haben sich die leute gedacht so this is fucking shit was ist das weird shooting game that is clearly not resonable for ja danke wenigstens einer der den jemals auch so ich bin normal vielleicht I mean, I mean, I'm okay with you that way. I'm gonna feed anyway. Mein Bein juckt. Mein juckt Bein. Ich hab Wasser. Der auch. San-Goku. Okay. San-Goku? Ja, shit, weil mir läuft gerade im Hintergrund True Angels Thesis. Hm. Ich nenn's Zero Genesis Evangelium Theme. Ja. Hm. Ist das falsch, Kion? Yes. Evangelion, XT, Super XT. Ist die Marinade... Ich dachte... Genau, Kion, mit kam das gerade? Warte! Hallo? Kannst du nicht mithören? Er hat sich reingehackt, nur um mitzuhören. Ich bin im System. Oh, yes. Oh, mein Gott. Das ist schon, glaube ich, das dritte Mal Samira im Aram. Ich hab's mir geholt, aber ich konnte sie noch nicht einmal spielen. Ich muss mal darüber reden, ne? Ich locke solche Champions wie Yasuo, Yone und Samira nur an im Aram und Paik. Oh, ich dachte... Man nennt mich auch... Man nennt mich auch Mckenza. Bruh. Warte mal, könnte ich nicht jetzt... Like that? Son Goku. Son Goku sucking Dekos. Oh, nein, Elko ist ja Opa. Opa, Elko, dede, 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 dede. Ich mein, man kann sagen, was man... Ich krieg noch neue Champions. Ich krieg noch neue Champions. Man kann sagen, was man will, aber der Film ist eigentlich so mit der ikonischste Anime-Song like überhaupt. Neben Attack on Titan, ja. Ja, ja, gut, Attack on Titan ist halt auch noch... Wir haben das Essen und hier die Jäger. Du, 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 du. Also ich würd sagen, ich würd sagen, Neon Genesis Evangelium ist das Weep-Theme. Oder hier, äh... Ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es gibt noch einmal ein bekanntes Weep-Lied, aber ich kenn den Namen nicht. Einer dieser Scheiß-Sillian-Skin. Anti-Collection. Oder ne, irgendwie... Irgendwas mit Reincarnation. Ich hab... Alter, ich hab den 12 Blossom-Riven-Skin noch nicht einmal in-game gesehen. Same. Ich weiß, ihr könnt nix sehen, ich arbeite dran. I'm working on it. Ach ne, die haben Bobbling-Kugel. Und dazu noch Galio. Lilia. Ach, die haben Big Spin. Die haben nice Kug. Perfect. Bruh! Allein... Allein Blitzkrieg, Galio, Lilia, oh Gott. San-Goku. Bruh! Reicht mir die Marinade! Reicht mir die Marinade! Reicht mir die Marinade! Du so direkt Sabrina, Brindle. Aber es war ja hier Kaman, ne? Sa-La-Sa-R. Danke für den Sub, my Dude! Sa-La-Sa-La-Sa-Tee-Se-Wies! Sa-La-Sa-Tee-Se-Wies! Ne! Sa-La-Sa-Sli-V-O-A-R. Ich muss mal ganz kurz meinen, oh mein Großmembranernärm, mein Mund schieben. Oh yeah, tu das. Ist es nur nicht. Stell dir mal vor, du machst einen ASMR-Stream und auf einmal bricht so jemand in deine Tür rein und sagt so SOMEBODY YOU WANT! Oh, da kommt eine Kugel! Oh shit. Oh, ach ja, ich hab das hier. Mama, ich bin dein Champion, look at me go. Nice. Big Speed. Ah, da. Der Fachkreis hat mich auch gewollt bei uns, da tue mal wie viele Patronen aus meiner Waffe rauskommt. Und nochmal. Und nochmal. Der Gin wird neidisch, wenn ich das hier mache. Oder Horny, eins von beiden. Oh, der hat mich so gut da ist. Oh fuck, Jesus Christus. Fuck. Fuckos Maximus. Da, 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 da. Da, 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 da. Bikus, dikus. Oh, hab's. Ich tu mir die Marinade. Jaui. Da, nee, 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 nee. Da, nee, nee, nee. Da, nee, nee, nee. Komm her, damier, da, nee. Du willst kämpfen, du willst kämpfen. Du willst kämpfen?! und ein der opa rastet aus ich bin so ein schlecht ich habe es wenn ich daneben fest ja willkommen zu einem ganz gemütlichen abend heute mache ich ein glücktee und das schild ich hatte gerade so ein gemarginadet alles gut ich wollte nur meine hooker dominanz zeigen das klang hat falsche als es sollte können da vielleicht titten helfen ja titten immer wenn du ein bisschen dampf ablassen will es sei denn du bist mehr so der der fall dann brauchst du mehr so dieses andere kissen das war daten aua can you not mich doch kann dann hock blocken nein aber ich muss ein bisschen ohne bowling big spin let's go nice Das ist cool und all, but can you do this? Alter, that's some Exorcist shit. Mein Gold. Hier kommt ne Münster. JITIS. Hier kommt nochmal ne Münster. Mama, Mama, Mama. Kannst du darüber reden, wie viele Ultis, die für mich verschwendet haben? Ich glaube, wir sehen schon so ne gewisse Winning Condition. Das ist ein Worthy Sacrifice, I guess. Aber die Bombenbär. Die Bombenbär einfach. Fuck, Minion. Warten wir eben kurz noch. Das ist okay. Das ist hier. Oh, fuck. Hey, Mef. Also, mein Name ist Adi Perry. Oh. Mein Name ist Adi Perry. Oh, I do. Oh. Not again. Ja, tanz an. Tanz an, du Schneeballer. Gefährlich haben Samiras einfach, die hat immer Ultis. Ja. Wann haben sie Ulti? Ja. Ja. Ja, das muss sie nur erreichen. Ich darf sie nicht zu 10 werden, weil da bin ich fucking afraid. Oh boy. Eieieieie. Eieieieieie. Sehr schön. Wir haben alle unseren Hook vermisst. mit einer scheiße das sehe ich aber anders das hat der umbote ich auch mal ist doch bullshit sag mal zirks kannst du es mal lassen hab den hook kaputt gemacht ich hab seinen arm verschwört Alter, ich kann aufhören die ganze Zeit Oh lol Bindig Aua You got bombed the fuck out Ah, wobei It's me Danke schön It's me, goodbye Alter Nie, nie, nie Eh, eh Nix da Wie du es auch noch überlebt hast Ja Alter It's all by me Don't mind me, I'm just a red glove hunter Ich bin ne dreckige Foss Ja, ja das bist du Meine Hände sind eiskalt gerade bei sowohl Oh, was das jetzt Hm, das hat der umbote ich schon mal wieder anders gesehen Ja 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 Das hat der umbote ich schon mal anders gesehen Fisch Oh mein Gott Ich bin ne Fisch Die In der Fisch Die In der Oh Aua Aua So I'm a dead pain Big spin Bigger spin Der ist always a bigger spin Da ist immer wieder Du zählst, ich kann sofort piunen. Aua, Alter, das tut so weh! Und der Slow is so enorm. Hallo, ich bin Artic, Harry, ich lauf ohne Waffe nach dem Punkt. Hä, du hast deine Waffe da am... Sitzt du sie mit deiner Hand am Griff? Wir sind nur ready. Ich hab ne Ziege! Oh fuck! Au. Die kann ich nicht kaputt machen, natürlich. Die kommen von oben. At least I tried. He tried. But he won't succeed. Can you not put this there? Can you not throw this? Ja. Scheiße. Ich dachte, die kommen da jetzt. Oh no. Natürlich verliere ich genau in dem Moment die Ulti. Alter. Boah, Leiste, ne? Hahahaha. Shut down. Hahahaha. Deine Zeit ist abgelaufen. Ja, jedes Mal, wenn sie dir Bombe auf dir landen oder du stirbst, musste man eigentlich eine Pannen bringen. Schätz mal, dir ist die Zeit ausgelaufen. Da hab ich dich wohl ein bisschen zu lange im Herd gelassen. Du hast doch lange im Herd gelassen. Du könntest behaupten, ich hab die Eieruhr nicht gehört. Wenn du mein Eier hattest. Wippe. Warum hast du so viel Seelen? Was? Du musst Tempten wieder. Awa. Now I start fucking ripping and tearing. I think it's tearing. Ha ha ha. Goddammit. Awa. Warum hab ich Tower aggro? Oh mein Phantom Dancer schießt. Oh fuck. Awa. 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 Can you fucking not? This shit hurts. Nice. Fuck. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin auch so schlecht gerade hoch. Aaaaah. So viele Bomben. Awa. Yo. Hilf me. Hilf me. Murmeln. Auch noch. Bowlingkugeln, Murmeln. Einmal alles. Das ist ein echt schlechtes Gewissen, dass ich 100 Gold abwarte für. Ich hab schon wieder ulti. Aaaaah. Mach mal her. Oh mein Gott. Ich bin Jesus. Fuck kreistet man mich auf den Zerstörer der Bastarde. Nein. Oh ich hab mein Mikrofon weggeschlagen. Boi. Ich hab einfach mein Mikrofon arm richtig weggesnappt. That's nice. I will fucking whip your soul out of your ass. What? Refrain from whipping someone. This is just the same. I don't whip someone's soul out of their ass. That's actually illegal. Ich fühl mich auch nur minimal irgendwie useless. I don't know. Mach ich ja, aber ich sterbe. Siehst du ja. Ich auch. Ich sterbe dich. Ich schlag dich. Nee, nee. Ich hab einen Def mehr als du. Aber dafür hast du mehr Kills als ich. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich bin auch Samira. Ich kann auch das hier machen. Du kannst dein Geld wegschmeißen und dann einen Anfall haben. Moin zu, Junge. Warte, ich koste immer kurz Falco. Ich hab nicht gesehen, mach's nochmal. Nice. Oh boy. Oh boy. Mando, ich hab's gedacht. Ich darf nicht. Okay, dann noch ein bisschen CC. Ich hab's nicht drauf. Nein, nein. Da muss ich CC. Yes. Hab dich. Mist. 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 Fuck. Ich hab grad so missfade, Alter. Ich kam grad nicht rein. Ist der Dorn ist so stark, Alter. Nein, darum ging's grad nicht. Ja, ich darf bitte. Ja, ich darf bitte. Okay, Mev verschenkt erst mal Stich-Abos. Läuft. Jo. Prima Falco und Vigi haben eins gekriegt. Loll. Alter. Du hast ein Abo bekommen. Alter. Mev, danke dafür, mein Dude. Fuck! Ja ist da bitte! Oh, Gott. Progress. Was hab ich davon, wenn ich ins Chat guck? Ja ist da bitte! Du hast mich verarschen. Nein, ich will heilen. Nein, ich darf bitte! Ja, ich darf bitte! Alter. Ich rette dich. Oh, guck mal, was ich mit meiner Waffe mit dem Ball mache. Wuh. Wuh. Ja, wuh. Ah, wuh. So, wir brauchen euch. Kommt jetzt. Get some level up. Danke. Geil. Wuh. Alter. Ich weiß nicht, ähm. Alter. Oh, der Pisser! Oh. Ich weiß nicht, wie in der Fall kommt. Oh, der Pisser! Oh, come on! I'm on the way! On my way. Wuh. Alter! Du bist kein탄 im Leom, ey! das video heißt falco wird von einem großen roboter gefistet jetzt auf youtube red ist youtube red überhaupt noch ein ding und du kriegst glaube ich auf e-mails dafür ja das ist wieder so eine mitgliedssache aber die premium kriegt jeder geld bei dem du guckst und nein jetzt kann wir ja auch mit einer gun benutzen du kannst ja die jose premium shows gucken und die meiste filme und so wie bei amazon da läuft ein super minion durch na das ist cool das habt ihr nicht gesehen das ist das nenn ich Karma Karma für was du hast deine ulti verwendet und bist daran gestorben ja cool ich mache so viel schaden wie ein nasses handtuch das sind wir FIST FIST oh boy ich habe es gemacht ich habe es gemacht Boi FIST FOOLISH Massenpeile hier alter foolish Blitzcrank I dont need my abilities foolish Blitzcrank wir sind in Magical Hook Mami 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 Oh, man. Au. Why do I even try? Okay, Dustin, nicht mehr. Au. Hallo, mein Name ist Samira. Oh, mein Gott. Was brennt? Die Bombe. Sie hat Leandria. Sie hat Leandria. Der letzte fucking Tick. Halla. Halla. Ah, weh! What the? Nein! Ich hab ihn gekommen. Du meinst auf Mis-Useless Kappa. Okay, gut. Hör auf! Ich hatte nicht mal Zeit. Here I come to rip your ass. Jetzt ist es. Ich brauche irgendeine Öl, das ist alles, was ich brauche. Ja. Ich brauche die Power. Epic. Kommt ruhig auf mich. Ich komme. Alter. Darf ich nicht mal was machen? So. Dankeschön. Smash. Smash. Alter, Schuhe. Wo nach sieht das hier aus? Dann nimm du. Samira hat auch noch Wave clear. Weil warum sollte der Jepi nicht alles machen dürfen? Äh. Ich hab so viele Seelen. Oh. Oh. Du. Drei. Aha. Du denkst I'm dead? Du denkst again? B****. Haaa. Du denkst I'm dead? Oh shit, das tut jetzt wirklich weh, ALDA, darf ich auch wieder laufen, ne? Nein. Geh weg! Nee, wir sollten laufen. Oder fliegen. Oh no, 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 no. Natürlich, die Klang muss ich. So, 100% Crit. Ich hab nur 75%, aber ich kaufe auch gerade lieber live still. Hm, das ist schade. Ja, wobei... Hecht? Oh, ja... Oh, ja. Ja, das ist wohl im 자기. Ja, das ist ein Vordung. Ich bin der Snowheld so lange, weil die jetzt halt Jörn des Rileys hat. Hat diese andere Rileys schon? Die andere ja, aber Rileys nein. Jesus, hey der Snow einfach nur mal so lange. als ich zu weit nicht so weit das auf sache warten ich bin aber auch fast tot ich bin da falko regeneriert gut ich konnte nichts machen mein oid wurde gerade gecancert oh mann so bitter du kriegst deine oid und du hast 30 stunts mit 2 sekunden cooldown dann dürfen die so mega schwer dann einfach mal fiskos maximus war nicht schlecht except die waren die waren die sie dort ja ich bin bescheid kick dick komischer bär oder Alter, Wuhli und Ohren! And thus we became only Juggernaut. And only Juggernaut. What? The laughs and Kogma. Laughs and Aukhan. What's that done? Achja. Und hier kommt's der Emperor. Fuck man, irgendwie... Das hat mal so gut funktioniert. Why doesn't it work anymore? Dass er den Shit mal automatisch gefunden hat. Why you do that, right? Why you do that? Alter, das ist jetzt unnötig. Seht ihr, jetzt habt ihr nicht mal was verpasst. Boah, Alter. Small Pipi. Oh nein! Falkorn, nochmal! Oh boy! Oh boy! Nochmal! Nochmal! Nini, willst du lieber Nidalee? Nein! Nini, willst du lieber Nidalee? Nein! Ich auch nicht, tatsächlich. Ich hab Bock von Thresh. Ja! Das ist Thresh! Willkommen! Ich bin Thresh, Falk und da oben ist Lee Sin. Kankerer oder was soll auch... Ich hab's nicht. Niefel Tempo. Okay. Hallo, mein Name ist Lee Sin. Ich geh full TheFality und bin fucking useless bei Minute 2. Hallo, mein Name ist nochmal! Hoffe ich doch. Hallo, ich bin hier und eine Bundesspiele zu erfüllen. What? Willkommen, mein Name ist nochmal und willkommen zu den Bundesjugendspielen. Knockout oder Godfist? Ich hab Bock auf Knockout. Knockout schreit TheFality. Du könntest mega updaten, hättest du den neuesten Skin. Ich hab ihn aber nicht, weil ich arm... Ja, ich hab ihn auch nicht. Ich hab Lee Sin nicht. Wobei ich den neuen Skin echt cool finde. Der macht einfach den You Got That Dance. Unauthorized and Splash hat, sieht aus wie Scheiße. Alter. Warum haben sie schon wieder Lilia im Gegnerteam? Alter. Das wär's, ey. Aber dann doch mal Cassio, ey. Alter. Uncle Rice, alter. Uncle Ben's Minutenkochreis. Äh, Lilia ist tatsächlich nicht Free Week. Wow, alter. Jin und Kaiser sind Free Week. Das heißt, Jin und Kaiser haben gerade Double Chancen, Aram. Also normal. Didi, 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 didi. Hast du bestimmt in game? Nö. Nein. Jetzt. Oh, jetzt. Ah, ja. Ich wusste, ich hab's gespürt in meinen Jaloponios. In deinem Bitte? In meinen Jaloponios. Das Wort hast du dir ausgedacht. Nein. Alter. Look at that ass. Äh, was kaufe ich mir noch mal auf, Kale? That an ass. Ich bau den Nashes to Fridge aus in der Scheiße. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich bau noch mal. Same. Nicht noch mal. Hm. Hast du eh nicht die Power von normal? Ja, ich weiß, aber ich hab mit noch mal nichts getroffen. Nice. Du brauchst mindestens 1200 Gold für noch mal. Hallo, ja. Hallo, ja. Ja, du brauchst 60 APR, so needlessly. Hm. Nochmal. Oh. Okay, hab Items. Noch kannst du's nicht. Was quietscht hier wie so ein Narwal? Das ist der Pingu oder so. Alter, hier muss ich dir mal was zeigen. Nochmal. Hahaha. Alter, alter. Oh fuck. Piu. Nochmal. Na, why, na, why swimming in the ocean? Ah, bowling. Ah, bowling. Ah, bowling. Mein Knie. Hm. Aha. Artificial leg. Na, why, na, bowling. Swimming in the ocean. Ja, tolle Frage. Koste, eat deine Mutter. Hey. Oh. Ich bin die Laterne. Haha. Normal. Zähler. Sag ich. Ich hab mir gar anders gesehen. Die sind so richtig. Die sind so richtig. zwei Leute einfach durchgegangen. Ja. Ich liebe nochmal. Normal. Äh, normal. Äh, normal. Äh, normal. Fuck. Hast du mir nie getroffen? Ja, ich weiß. Nochmal. Ich hab auch ein bisschen getroffen. Äh, normal. Äh, normal. Äh, normal. Äh, normal. Nochmal. Schon wieder den Lucien. Nochmal. Hmm. Alla. Kids. Tassio, ey. Tassio? Tassio? Tassio ist so Kaffeemarke, alter. Hahahaha. Was ist die kleine Tasse aus wie schönes bist? Tassimo? Ja, das ist Tassilo, alter. Hm. das tasse modus nicht als copyright angeklagt hat wundert mich an die das ein müsste disney als anklagen das machen die haben gerne weil du getroffen hast einmal oder was ja ja ist ein reingehen der schlimmer foto muss es wirklich dazu kompeten und jetzt habe ich meinen locken ich habe noch nicht noch mal pring 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 Oh Alter So, wie viel kostet Ludens nochmal? 1,9 Oh, ich glaub ich brauch ein bisschen mehr Ich glaub so, wo man zahlt, was trifft, dann geht das mal rein, ey Okay Oh, oh Ein wenig, aber, äh, äh, äh Äh Alla Alla Wieser alter Mann Alla Alla Bowling Wir sind die Kegel Ich bin das Bowling und er ist der Kegel Ja, die machen jetzt den Tower Das ist echt so Das ist mir das weltpassivste Game überhaupt Aber leider der falsche Oh boy Ja, okay, dann rein Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Und schon, Alter, schon Massenkeilerei Nein Äh Wohin Oh Oh Ja, denke ich wurde gesleebt Ha, ha, ha Ha, ha Lass mich nochmal in Ruhe, Caso Puyo Puyo Tetris Komm her Uuuuuh Alla 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 Hey Na Wohin Na Wohin Swimming in my king Na Wohin okay alter mann karl glas repariert karl glas stirbt aus karl glas repariert karl glas feuchtet aus karl glas säumt aus ja ich komme ich habe die geburt meines erstgeborenen weil ich weil ich ein deutscher bin der gerne arbeitet karl glas stirbt aus aber ich glaube nicht an sowas Maske tragen, nee, tragen wir mein Aluhu. Remember, guys, trag eure Maske, bitte. Remember, guys, stay at home, wear a mask, don't be a fucker, or I'll fucking kill you. Watch your hands, watch your dick, watch your face. And I'm seriously about the last one. I'm fucking pissed. Oh my. Allerlie, du bist jetzt echt das Champion. Ja. Oh boy. Woo! Wenn ich mir was machen könnte. Nein, ich schütze dich. Ja. Bist du mich nicken? Mann! Ich fühl mich verarscht. Ich auch. Ja, ich auch. Nächstes. Nächstes, next. Ich fühl mich generell noch von doll verarscht. Carglass repariert. Carglass, gib mir das nächste Spiel. Ich würde gerne mal meinen Sohn sehen. Ich habe meine Kinder seit Jahren nicht gesehen. Das ist vielleicht auch meine Scheidung. What? Meine Ex-Frau hat gedroht, mich mit einem Revolver zu erschießen. Dann habe ich sie erschossen. Alter. Und seitdem habe ich meine Kinder verloren. Alter. Das ist die traurigste Carglass-Mitarbeiter-Story überhaupt. Oh Gott. Nun, sitz ich hier in meiner Gefängniszelle und schmiert dieses Gel auf Windschutzscheine. Carglass repariert. Carglass sitzt im Knast. Oh Gott. Carglass repariert. Carglass kommt erst in ein paar Jahren wieder raus. Carglass repariert. Carglass. Kommt auf den elektrischen Stuhl. Nee, bricht aus. Carglass repariert. Carglass bricht aus. Carglass repariert. Carglass kommt auf Bewährung raus. Das ist das. Es will irgendjemand rein. Ich habe Ulti. Wir gehen rein. Okay. Kommt nicht. Ah, brah. Oh, füchten. Oh, tschüss. Nein. No, no. Brr. Nochmal, Frau ist tot. Enemy core drug kill. Enemy pet off. Mitgenommen. Carglass repariert. Carglass hat nicht genügend Beweise, um mir irgendwas nachzulegen. Carglass repariert. Carglass taucht auf. Oh, Carglass taucht auf. Oh, Rice. Oh, komm. Sag doch kein Pupser. Ich kack dir ins Gesicht. Junge, ich kack deine Mutter an. Ich kack dir ins Wüßli am Morgen. Oh, Gott. Carglass repariert Carglass scheiß drauf. Oh, Carglass hat verschissen. Oh, da kommt eine Bohnenkugel. Oh, mein Gott. Oh, fuck you. Was ist denn jetzt los, oder? Äh, das ganze Carglass-Stream. Ja. Dieser Stream ist gesponsert von Carglass. Und Red Shadow Legends. Und Red Shadow Legends. Es wird mich nicht mehr stören. Nein. Und Flex-Kate. Was ist denn Flex-Kate? Was ist denn Flex-Kate? Was? Warum? Darum? Darum? Ich meine. Warum? Könnt ihr mal? Ha. Nein. So, können die jetzt mal beenden, bevor Carglass uns noch übernimmt? I can't feel Carglass take over. Ja. Redemption! Pass auf, jetzt fährt sofort gleich die Krankenwangen vorbei. Oh, Alter. Carglass repariert. Carglass braucht definitiv ärztliche Untersuchungen. Carglass repariert. Carglass wurde vorgerichtet und zurechnungsfähig angemerkt. Deswegen habe ich nur drei Jahre auf Bewährung bekommen. Carglass kotzt drauf. Carglass. Carglass. Alter, was ist denn mit Carglass los? 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 Ich kann nicht mehr reden. Was ist denn mit Carglass los? Ich schalt mal ne Klappe. Nein. Oh nein. Oh Gott. Der mit Dämmschlag. Filt zu ihm. Oh, Roland. Mach dein, Lili mach dein Geräusch. Pssst. Aaaaaaah. Ich muss mit deiner Handtasche spielen. Ich denke, das war so. Leck mich doch am Carglass. Oh no. Ich lade den Stream sowieso hoch. Der ist morgen auf meinem Kanal. Der ist morgen im Archiv. Carglass. Carglass tötet mich von ihm. Du musst, du musst, du musst ein einziger Edit in diesen ganzen, in diese ganze Aufnahme machen. Ein einziger Edit. Einfach nur unten die ganze Zeit einblenden. Dir sagst du, du bist nicht überspitzt vom Carglass. Alter. Nee, Alter, nee. Wegen sowas laden wir euch den Stream runter. Edit, edit das ganze Video neu und lad's da nochmal hoch. Oh no. I feel death. Morgen kommt der Ill-Patch. Der was? Wegen KDA. Morgen kommt der Seraphine ins Loll rein. Und da kann ich kotzen drüber. Oh no. Seraphock. Is Seraphought wohl eher? Seraphought. Wenn jemand sie mag, no offense, aber es ist meine Meinung. Ich hasse sie. Hassen tue ich sie nicht. Hassen ist ein starkes Wort, aber ich find's halt, ihr Kid halt nicht wirklich interessant. Es ist halt Sona nur in, ja, Reworked. Genau deswegen hasse ich sie, weil sie Sona jetzt so hart in den Hintergrund rückt. Hallo, mein Name ist halt, ich bleibe deine Verkundenzufriedenheit bei Carglass. Carglass. Goddammit. Oh, guck mal. Boah, da kam gerade ein Dämonen mit, Alter. Alter, ja. Oh, guck mal, da ist Seraphine. Wir kriegen hier das Sneak Peek vom Gameplay. Oh, mein Gott. Das ist Seraphought. Passt auf. Oh, guck mal, das ist mir hier cute. More like, Seraphine, go fuck yourself. Oh, haben die eklige Champions, Jesus. Hm. Hopp. Ja, mach weiter. Alla. Wie die ist schon vorhanden? Oh, heller. Oh, Carglass. Nee, heller. Carglass can suck, meinte, schlong. Ja, willkommen in diesem Stream. Wir haben in diesem Stream ein Carglass-Widarbeiter schon eine ganze Lebensgeschichte gegeben. Er braucht noch eine Afterstory. Haben wir doch auch schon, er ist auch Verwährung rausgekommen. Ja, eben. Redemption. Nee, Redemption kriegt er nicht. Dann ist er Bowling-Profi geworden, David. Er ist zurück in den Teppichladen gegangen. Oh, ja, Redemption. Ich zeige dir jetzt mal was, was richtig cool ist, ja. Für meinen nächsten Trick, lass den mich selbst verschwinden, ne? Ich will doch nur spielen. Ich will doch nur Carglass. Ah, ich hab mein erstes, ich hab das erste Verschade an dem Champions-Dies-Game gemacht. Yes. Mit einem Auto-Tag. Geil. Ich hab bei Twitch grad verstanden, I licked this, bud. Eigentum von Twitch. Komm her. Komm her. Nö. Hi, Tod. Äh, da ist ein fucking Arsch. Pupser. Why? Bläh. 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 Oh, warte mal, ich muss mal gucken, was brauche ich denn da? Keine wirklichen Tanks, also gehe ich fucking... Bin tot. Geh, schmerzen. Du bist da, ich verspüre nur Schaden, Freunde. Ah. Hallo, mein Name ist Halsschwerg, ich verspüre nur Schaden, Freunde. Hui. Oh, fuck. Oberfest. Oktoberfest. Oktoberfest. Ha, I can't take it anymore. Zeig euch mal. September. Oh, Grant hat instant schon fucking, äh, Oracle's geholt. Ey, ich glaub's ja. das war pp ja hat er jetzt so viel verlust gemacht so ich hab doch gestanden so oh tschüss oh nein ah ne das ist ein Stück der Ding hier von echt oh lol fahrglas das klingt jetzt in meinem Kopf drinnen it will never go away ich brauch was neues da war ne Box da war ne Box freckige Sau ah so ne scheiß Box ich hab ihn wenigstens einfach mal in die Pusche weißt so warte können wir Pusche einfach mal links terminiert weil er hinter dem eines Towers kam das Spiel können zwei spielen jetzt hab ich mir Oracles gekauft da ist das Spiel das Spiel die die motiv theta die 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 Hallo, mein Name ist Thorsten Wurms. Nachdem ich bei Karglas gearbeitet habe, meine Kinder verloren habe, ein Instrument meiner Frau geschehen ist, arbeite ich jetzt für ein einziger Kind. Das ist jetzt also die Story. Ja. Oh shit. Oh shit, das brennt. Oh shit, das brennt. Oh shit, das brennt. Oh boy. Ohhhh. Ohhhh. Ja. Fisch. Oh boy. Shit. Ich bin tot. Ja, die hat mich auch. Hallo, mein Name ist Thorsten Wurms. Who isn't? Yes. Allein, ich kann die Doom, muss ich gerade im Hintergrund nicht ab. Ich bin grad viel zu viel, als er jetzt nimmt man so. Brrrrrr. Russian Heart Buzz. Jetzt zieht der Shaco auf, fucking Oracle, ey. Möller. Das ist geil. Hey, brauche ich gar nicht mehr Q drücken. So. Hat er davon. Wollah, weißt du noch, wie du Bock hättest? Schlafen. Was? Wie geht's? Wie geht's? Wie ist das? Wie geht's? Wie ist das, was macht's? das motor und rufig zum morgen das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen ich gucke in letzter zeit erst mal etliche streams nach die ich von joel und winnie verpasst habe an den brüchel definitiv gucken ich kann nicht tun weil ja Ja, die puffen recht in meinen Jumper. Wenn ich einmal nach vorne gehe, bin ich tot. Oh, das ist ein Witz! Wie ist denn fucking range von denen denn mal? Oh, Leute, die Sonne flasht erstmal, Junge. Und stirbt am Tower. Oh, der stirbt auch nicht, du kriegst einen Kill. Oder? Oh, wow! 6 HP! Und dann Gift. Der hat halt auch der mal... Der hat auch gern mal einen Kill. Da kommt die perfekte Welle! Oh, shit! Oh, mein Gott! Da kommt die perfekte Welle, da kommt der perfekte... Lass dich einfach von Carglass verklagen. Ja, die steht da hinten und kann mich bis dahin killen! Instant nice, das ist fun! Sollte mal fun sein? Oh, komm her, komm her! Fuckin' schwebender fort! Wenn Falco irgendjemand in eine Wand reinsetzt, dann verlieren die Magieresistenz. Dann wären die einfach kaputt geschreddert. Oh, ich bin Carglass! Alter, das ist kein Twitch-Match hier. Das ist, äh, nicht twitchig. Pass auf! 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 HILTER! Das ist schlecht! perfume! Oh, E! Oh, Gift! Oh, ja! Oh, ja! Oh, oh! Ich hab'''n Crossfire! Mama! Hje-hje! Look at me, go! die hat nicht ernsthaft natürlich hat die fucking fort holt es ist das hier gerade lustig nur noch du musst auf die pizze neue pizze reinwerfen die gegner die ganze zeit aber die sterben ja nur die pizze der a pew joh will they what the fuck das baby ja genau die arbeit sich schon an ding dran aber doch ich habe aber dann schon das ist ein scherz nee komm das ist doch ein scheiß witz ich kaufe mir mehr messer fick dich ich mach mal ein bz nö oh why not big pass i'm frosted i'm frosted i'm frosted du bist zwittiert natürlich waren da puppen und zwar 20 stück alle ja fast alle nur luden holy shit warte noch da klein kommt der durch geht auch durch nix da wird ich krieg die sohne einfach nicht die die will einfach nicht ja das kann sich scheinbar die das ist so nach gott scheinbar kommen die ist fast wohl wieder es ist witzig weil ich über reagieren wenn ich gepisst bin es ist halt wirklich davos allah legit ja hab dem bisch lieber ja ich brauche keine kills ich kann das auch so ich bin schon großer nein nicht packen italien nicht jetzt ich wollte sagen ich sterb trotzdem ich liebe domi коли domi duni lu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u skunkideck fuck on my dick fuck you fuck you fuck you Die Kinder auch! Was ist hier, Jakob? Das wird flasht! Aber dann, hey! Baklava, Mieter! Baklava! Den DS mit dem kenn ich noch nicht! Ist gut! Erst will sie denn eine fucking Puppe da haben und dann... So ne halt! Uah, oi, oi, oi! Südendieb! Ey! Alter, Leute, ihr müsst mal einfach alle ein bisschen mehr mit dem Kopf an die Wand hängen! Alter, ich nehm gleich deinen Kopf an die Wand! Ich bin einfach eine Ratte in der weltgrößten Rattenfalle! Hahahaha! Bruh! Ich brauche nur 50 Gold für den Avalons! Mhm! So, get fired! Meine, mein, mein Banshees hat grad ins Oma-Oil gegessen! Äh! Äh! Nein! Yo! He's in Ordnung! Alter! Ey, ey! Wer lebt noch? Jakob! Fucko! Ja! Da! Das war aber wahrscheinlich seine... Ja! Genau! Das war für jedenfalls eine Dreckspuppe! Ja! Brust dich doch! Bacon mit Ei! Leck mich am Ei! Mein linkes Ei! Mein linkes Ei! Das... Das... Er ist hoch! So lange nicht Banshees hat, kann ich so noch nichts dagegen machen, dass sie auf ihr Gesicht springen! Ich kann mich nicht weg-ulden, ne? Oh, Vorsicht, ich kann mich ulchen! Genau! Ja! Ja! Na, ich hab' die holt gepfessen! Okay! Jawohl! Ich kann nicht ulzen! Boah! Alter! So! Dreck mit ihm! Ich durfte mal rechts klicken in Ruhe! Hm! Ich dachte mir auch gerade! So! Rechtsklick du mal! Boah! Rechtsklick Power! Ja! Tschüss! Zurück in den spawnen! Ich fühle nichts! Ich fühle keine Regretungen! Klo! 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 Ja! Mach euch! Nein! Chapeau! Ich dachte er steht da! Ah! Ich hab failed! Okay, weg! Ja! Ja! Es ist gut! Oh shit! Ja! Es muss mit der Double... Don't die! Oh boy! Oh du die! I die all the time! Oh ja! Aufgeräumt! Aber da hätte doch! Du musst vorsichtig bzzz. So gut, Disney! So gut, bzzz. So gut, bzzz. Er hat sogar jetzt mal kein Ding dabei. Für die Rekord. Ja, die kann ich nicht mehr sehen. BITCONNECT! BITCONNECT! Oh, Baby! BITCONNECT! 100% endlich mal. Das wir jetzt genauer machen für dich. So, 100% crit. Now I will fucking rechts-click your asses. Mein Bench ist Woodgraf und Ludens gekillt. Are you serious? Are you ga-ben? Are you ga-ben? Are you ga-ben? Lini, just kiss. Was? Nächster Mäher! Tschüss! Bye-bye! Geh' Leute jagen! 700% point-click! Der Shaco mal wieder. Der missing is. Oh, da ist der Puppel, der hat gespawn. Ah, der hier ist. Bist du wat? Fuck it, ich bin eh worthless. Nö. Das ist der Klon. Ja. Er soll stoppen. Da. Dumbar. Fuck it. Shaco bei mir? Alter! Tust ja gar so, als hätte ich tatsächlich Talent in diesem Spiel. Nein! Einer! Alter! Feine! Gott David! No! Traders Requiem! Oh! So, mal gucken, wer von denen jetzt Schmiere steht. Lini, nicht zu weit nach vorne. Du bist alleine. Einfach nur alles verpilzen. Alles verpilzen. Alles verpilzen. Du bist so süß, als kann ich mir. So knapp. Ja, Vivi, hold on, hold on, hold on. You see, I am worthless, yo. Das ist immer festgestellt, yes. But... I have a pizza. There's one thing, one funny thing you can do. Do you have a pizza! Oh! Wow. Was ist das? 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 Oh. Ehre genommen. Ehre genommen. Hätten sie bloß eine Verschmierer da gelassen, ey. Ach, Shaco ist ja noch ganz hingeblich, aber die Unsichtbarkeit von Twitch-Hatern einfach für immer. Dank. Einfach voll geil. Und die sind da nicht mad drüber? Immerhin, ey. Oh, Mann. Ich wollte, dass sie mad sind. Das Bittes, was ich gesehen hatte, war nur LOL. Einfach so durch, so Tschüss. Mies. Oh. Ehre entwendet, in der Pfanne gewendet, in den Knast gesendet, dort verschändet, nach Amerika gespendet, dort gepfändet. Oh, Alter. Oh, Alter. Alter. Oh, nein. Oh, nein. Ehhh. Ich bin. Das Bittes klingt. Neeeee. und ihr weißt du was wir gewinnen jetzt kommen ich will verlieren das ist nö darfst du nicht ich bleib einfach bei primetime einzelhändler mundo auf vier leiter mundo in der k6 mit mit k6 kannst du nicht unsichtbar durch rennen die unsichtbarkeit hält dafür nicht lang genug das merkst du ja gar nicht und ich glaube selbst wenn sie geupgradet wurde dann kannst du dreimal daschen damit also so we want this one so we back in the mind so we're back in the mind selling kaglas roms zeit ist war meine auge da mir da vor da mit der ja da mit der fuck das bin ich halt mal verfehlt oh ja ich kann fliegen look at me go mom alle das geräusch die frage ist warum spielt jemand freiwillig ich hab ihm erstmal die gehaltserhöhung am kopf geschmissen und wir wollen den einzelhandel und du wohnst aus einem stammel raus am ende kündigen da mei da mei da mei da mei mundo die schreiben arbeitszeugnis mundo die schreiben schlechte Mundo ist hamsatt vom Gerät und nun kann man jetzt werden. Hatschi! Alter, du hast mir eine Bowling-Kugel abgefasst! Aua! Tja! Baffo in die Fresse! Bowling! Bitch-Spin! Mundo glauben nicht an Corona! Also Leute seid nicht wie Mundo, glaubt an Corona. Sie glauben daran, dass Mitarbeiter in Zeiten von Corona aber mehr arbeiten sollten. Das klingt ganz nach Mundo ja. Das klingt nach meinem alten Chef. guck dir mal was mit lilla los wenn man das gemacht ja neue champions haben halt da immer nur strokes noch mal schlimmer dann und du dir schreiben arbeitszeug ist ich habe jetzt ein gehalt mündern und du jetzt machen bezahlten urlaub andere mitarbeiter jetzt haben sieben tage woche und nicht rei manager seinsert aua soeben die verdammte so weit Nein, du verletzt. Lord, I ripped you a little pony. Wow. Nice. Big Spin. Oh, hier kommt das Big Spin. Boys, da kommt die Bowling-Kugeln. Oh, Big Spin. Das ist ein Big Spin. Biggest of Spins. Pass auf, jetzt gibt es noch einer. Google. Niko. Niko. Sammeln da näher. Damit hin. Verlag. Und die Dicke damit sind. Boop. Mundo dich sehen als ganz große Pussy. Und ich wollte kaum zur Arbeit, weil krank, du Pussy. Mundo denken, du Pussy. Bro improve als auch mit sowas là. Du musst in der bell glassen. Stop. Das war. Das war... da war ich lange gestankt mountain mutter mama mundo sagen deine mutter gefeuert die jetzt sterben da steht doch nicht mehr drinnen tronk das sind die schlechtesten emote spams überhaupt ball und du dich freuen dann mundo schlechte empfehlung aussprechen ich mach die große krabbe kaputt die achtung die lebt die Wann? Projekt Leblanc Ach so Ja C'est projet Leblanc We have to be careful Zelle Leblanc Zelle Leblanc is very intimate Oh ja Leblanc Mh Mh Cooling Mh Almost heaven West rolling Let's go West Virginia MOUNT MAMA Still alive Do you know how fast I am I'm fast as fuck boy I'm fast as fuck boy I'm fast as fuck boy He's been fucking fat You're a pony You're fake and a fraud You're fake and a fraud Hello there You're not an intellectual You're fake and a fraud You're a fraud You're a fraud You're a fake and a fraud You're a fraud You're a fraud Fuck you, Shyvana Ich weiß jetzt schon, die hat fuck, äh Zu mir bekommen, ey Ne zu mir Zu mir Wie ist denn? Boah, das waren sie beide Super Weil sie, sie hat mich jetzt so Und, äh, one-shoten einfach mal Mit leur ganzem Schein Wir wollen Du wolltest das killed Wui Ballin Fuck you Falling 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 Bye-bye Einfach mal 700 Schaden mit einem Knopf Einmal in die Fresse Einmal der Move hier Alter Ist das ne Was macht die Schawana Will die Tatsache Die baut normal Was ist denn mit der kaputt Sag mal Oh mein Dot hat sie gekillt Sag mal Was ist denn mit Schawana los Wer baut denn ne normale Schawana Ja du Ja du Ich bin nicht normal Sag's willst du nicht Sag's willst du nicht Du bist nicht normal Danke Oh ja Oh nein ich hab Ich bin nicht normal Ich bin nicht normal Hit me with that hand You cannot You cannot Hit me with that hand Hit me with that hand Hit me with that hand You cannot I did not hit her It's not true I did not Oh hi Mark Ich hab den Film btw nie gesehen Ich kenne nur die Memes davon Das wollte ich auch grad sagen Ey was war das denn gerade Fuck Ich hab den Film Ich hab den Film Ich hab den Film Donjon 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 Seid ihr bereit gekommen Bowling Jetzt wird sie einfach nur gekloppt hier Aha Junge I always win Holy shit I always win Fuck Hätt ich Ult gehabt Hätt ich gewonnen Hätt ich Ult gehabt, hätt ich gewonnen Whip Oh shit Oh shit Yes Du nabunadi Du nabunadi Du nabunadi What the fuck Oh no Oh Donjon 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 Und da jetzt Die weg Genau Fucking Bitch Tits valentine Bitch tits valentine What do you mean Ich bin ein Pferd. Mama, ich bin ein Pferd. Look at me go, Mama. Ich bin zu schnell. Mama. Ich bin zack. Ich bin zack. Ich bin zack. Ich hab nichts. Oh no, you don't. No. Alter. Das ist unfair, der hat Corona. Weißt du, Wladimir ist der Corona-lockner. Jedes Mal, wenn er Q wird, der auf dich. Oh, nee. Alter. Donjon. Das hat sich korrekt, aber okay. Komm her. 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 Piss. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, ich hab mich getroffen. Dini. Oh, krassen. Oh, krass. O Gott. Oh, krass. Digimon Oh. 들s句 black. Genre. ich will doch nur ein kippt schon wieder die macht schaden nichts was ich bin der krumm ich hab ja nur eine lifestyle von quatschende live region von 70 300 millionen ich hab'n kill Oh boy, der macht das besser. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mir als letztes holen soll. Kauf dir Benchies. Benchies. Da wisst ihr, was jetzt kommt? Bowling! Oh boy. Boop! Ah guck wieviel Schaden das machen! Sogar zwei, einfach mal. Bowlt. You cannot. Im Frachtkreis nennt man mich auch den Bowler. Bowling! Madafa! Sehe ich gerade richtig oder habe ich über 1000 AP? Ja. Sehe ich auch. Ja, du hast es über 1000. Jesus Christus. Ich bin Mundo. Ich mach das. Come on! Ach, mit ner Melee. Hm, naja. Voll Melee. Gaare! Weegar muss Tower Auto tanken. Oh, ich brauche der hinzu. Oh boy. Oh boy. Oh boy. So, den, will eigentlich, wir machen, komplett kaputt. Halla. Joa. Ich komm heute nicht in den Talagern. Der Plan, die mir macht das komplett alle. Haben wir Antis. Ich kann mir auch ein Morello holen. Ja, wir haben ja nichts zu der Art. Dann hol ich mir ein Morello. Er schlubb gar nicht auf Tower. Das ist so wichtig. Wow. Bastard. Ich habe vergessen. Loi! F***. Ich habe hier ganz viel mehr gesehen, weil er so eine F***ing Wurde hat. Okay. Joa. Mein Kiff Mein Kiff Ich denke, ich könnte abhauen You can not Ah, dann guck mal wie schnell ich bin Ich bin was der da ist, netz, netz Ja, voll, voll Mein Kiff Mein Kiff, Mann Aber Falco, du kannst seinen Schild übrigens mit deiner Ult wegmachen, ne? Ich fahr alles Ich bin Wahnsinn Oh mein Ein Kiff Ich bin ein Kiff Oh come on Ja, shadow, machinuting Der ist die Kiff Yes ich bin die gesamten runden nutzlos aber am ende dann wenn es wichtig ist ich mein kopf einfach so lange gegen den nexus bis er kaputt geht organik kapsel was ist das heute das sind so merkwürdige runden das war jetzt meine letzte ja 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 ich riemer kommen her soll ich hier mal kurz rüber holen oder nein Ich frage mich, ob ich überhaupt einen Stream gucken darf. Wir halten den an. Ey. Moment. Ach, du will mich doch gar nicht anhören. Okay. Ja, hey, das war auch so. Ja. He is. He is. Everyone is here. Ja, oder wir machen die letzte Runde jetzt mit einem Rendo. Je nachdem. Ich gehe mal Kraft, ich gerade hatte die nicht mehr. Ah, hier ist. He is. With Gar nin Oh, Rivia. The man behind the man behind the man behind the man Okay, there's one angry boy was wollte ja auch immer bilder sehen leute so 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 crema hier jetzt als sehr klar wie ich war ich brauche mal den Tempo auf was hier Falko willst du blub hallo hallo ich hab gehört ich bin einfach vor Corona geschützt technisch lea du trägst ne Maske ja und ne komplette Körperschutzsau noch ich schmeiß jetzt mit Babys was ich hab grad verstanden ich schmeiß jetzt mit Vivis ja das ist Mundos Boss Film gerade ihr müsst euch vorstellen in Yakuza 2 hat Kiryu ganz oben auf dem Tower nicht gegen Ryuji gekämpft sondern gegen Mundo das ändert die gesamte Plotline AP 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 AD AD okay und wie schaut ihr bisher gut zu erlaufen bei euch wertenrauen Start aber dann habe ich angefangen mein Kopf gegen fremder Leute Nexus zu hauen und seitdem ja seitdem geht's irgendwie du warst schon immer ein Mann der Logik shadow das wusste ich schon immer yes das ist alles nur wegen Karglas Carsten by the way können wir mal drüber reden Alter Falco Alter was ist denn das für ne Nummer Alter Lied 1 2 3 7 Mundo 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 ist Mundoba Mundo 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 ich dachte jetzt kommt ne fucking Nachricht wo nur schon so Mundo 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 erstes Baby the first born my first child missed completely 2nd 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 3rd 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 4th 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 3 4th 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 5th 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 6th 7th 8th 9th 10th 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 9 nepp und schlepp und du die schmeißt so wir machen schaden schaden und dann mal wie nexus kaputt kaputt die machen schaden schaden hier kommt mein Kind habe du schon gehört über meine Kinder sie machen viel damage Aua habe du schon gehört über die Kinder ich habe gerade gedacht für einen Moment ich hätte hier Comet dabei ich habe keine mana mehr und auf einmal so nepp und schlepp wo ist das geht du Ficker Ficker I don't know they don't curse yet russisches Netflix Netflix das ist genauso wie russisches internet wenn es mal ausfällt dann heißt es internet ist ein alter Job den hat ein Käse und ich immer gebracht uncool absolut uncool war das absolut unsportlich ist es ich bin so knapp vor level 50 Mundo geht abkacken Mundo geht abkacken ich will nichts sagen und bin stiftet 3 und 5 so schön das Ding ist ich bin nicht mehr ansatzweise weit in der story ich bin einfach nur am Leben festmachen wirklich trotzdem ey Kunuma muss buffer werden also das heißt die buffer aber er muss mehr aushalten Kululuma ey ey die Wörter vor dem Dach so geiler Kulul hier kommt diese Käse oh ja ja spreng dich nein oh nein ja spreng dich mach sind lieber cool sind lieber cool Luma Kululama Ja im Luma Da kommt die Welle BABY KILL Oh, könnt ihr mal aufhören, fucking Utility-Moves zu haben? Da kommt Bibi. Da ist ein Bibi im Busch. Da ist ein Böses im Busch. Alter, kannst du nicht mein Bibi babbeln? Babbel, Bibi. Oh, Sonde, ich will das, Alter. I'm gone, I'm gone, I'm gone. So, I'm coming back. Fuck! That's what you get, you little bird. Hallo, mein Name ist Tati. Ich schmeiße mit meinem Baby. Wo kriegst du die alle her, Alter? Zieh ich mir aus. Guck mal, er hat immer einen. Zieh die hinten raus. Aus deinem Beutel. Aus deinem Beutel. Guten Tag, mein Name ist MundoMundo. Und ich bin Corona-positiv getestet. What? Gute Willi. Reicht diese Maske, die ich trage? Das ist einfach die Haut meines alten Ichs. Bruh. Hallo, mein Name ist MundoMundo und ich bin einfach immun gegen Corona, weil ich voller Steroide bin. So wie Donald Trump. Hahaha. Du Mundo hat bessere Haare. Als Trump Corona hatte, hat er sich wirklich den Fangen aus den Stimmen zu pumpen lassen. Leute. Ich dachte, er ist nicht eine Ahnung, Maschine zu tun. The fool. Er macht halt legit einen auf Armstrong. Hey! Jawoll. Welle! Ich stell ihn mal vor, so ein Bossfight gegen Trump. Ja, in Metal Gear Rising kannst du das machen. Why? Fuck off. Ja, aber wenn er sieht nicht aus wie ein Stock, dann müsste man das gut gemeißen. Ja, aber er fucking acts like him. Ja, das tut du. We need to build a wall. Oh, kann das jemand... Oh mein Gott, kann das irgendjemand da so einbauen? Needs, Jack. Hast du den Kopf? Oh boy. Hier. Facecam, Frame. Facecam, Bram. Oh by the way, ich kann ja mal kurz über eine Idee reden. Ich muss noch mal wissen, ob das denn über Steam so funktioniert, so easy wie ich mir das denke. Nämlich, es gibt ja Metal Gear Rising auch auf Steam. Yes. Und jetzt war ich am überlegen, ob es da auch Mods und all so einen Spaß für gibt. Ah, okay. Ohne Scheiß, dann würde ich wirklich gern mal irgendwann so einen fucking Stream machen, wo ich einfach nur Rising Mods ausprobiere. Ja. Los, mein Baby! Baby, los! Nein, du bist eine Enttäuschung für deine Familie! Ja, das bin ich auch. Aua. Komm her! Komm her! Ich saß gut in dich! Du schallst ab, guck dir die. Hier kommt Ekelsam! Und jetzt kommt die perfekte Welle! Ekelsam allein. Ekelsam. Oh lol, er ist ausgewischt meiner Welle. How dare you. Ich will fuck your mum. Ich wollte halt nicht so gerne Wurzel schlagen. Aaaaaaah! Okay, ich schau. Nein, nein. Ich finde nichts, aber ich finde deine Witze. Ich bin zu lange, ich komme auf. Oh! Ja, ich weiß, ich schäme mich schon im Grunde Boden. Ich finde die Witze schon ziemlich schön. Komm her! Du bist Captain! Du willst kämpfen? Ja, ja. Ja, ja. Der Kampf startet schon wieder. Zugriff! Du willst kämpfen? You can not. You can not. Du willst kämpfen? Hier kommt mein Baby. Kämpf damit. Oh ja, mein Baby. Komm! Das sind Baby-Kunko. Das ist gut. Alter, das ist der Zwein. Oh, endlich mein Tower. Halt auf der Hände zu fighten. Meine Babys sind hier. Oh mein Gott. Angel. Ja, das ist gut, oder? Oh mein Tower! No! Hahaha! Gut gemacht, mein Baby. Au! I will not. Ich hab irgendwie gekältet. Alter, wie? Ich hab dem Vega so viel fucking Angst gemacht, dass er sich eingeschissen hat, also... wir haben nicht in meinen Babys gefightet. Sie können nicht immer in deinen Babys fighten. Doch, wir müssen in meine Babys kicken. Yes. What? Kickt... Oder kickt meine Babys in sie, das würde auch gehen. Smart Babys zu kicken. Ähm... Sind wir jetzt da angekommen? Ja. Ich liebe das Baby-Stump, ne? Hier, da kommt Baby. Karglas repariert. Karglas fickt auf. Karglas fickt auf! Hier, da kommt Baby. Los! Mein Baby! Mein Baby! Welle! Baby! Doppelwelle! Doppelklang, Junge! Bye-bye! Was ich jetzt mache? Jetzt wird euer Busch gebabys. Um Matze zitieren zu dürfen, es ist noch nicht vorbei! Es ist noch nicht vorbei! Ah! Stopp! Mach den Turm jetzt kaputt! Mach die krosse Krabbe kaputt! Mach die krosse Krabbe kaputt! Aua! Fusskarf Argentine! Jetzt können mich meine Babys und ich! Nahna gar nicht! Michными! Opa! Oh! Meine Babys und ich, so nenn ich meine, denn das Rock Band! Meine Babys und ich... Ja. Man könnte natürlich sich auch ich und meine Babys nennen, aber andersrum. Markanda Putrum. Mehr Huch! Temerktisch? meine babysitter die background oder sie machen die ganze zeit nur baby geräusche der sagt irgendwie das ist so sein catchphrase sagt keine ahnung kann kein französisch ist das über französisch nein ich dachte wir kämpfen deswegen mit der welle rein ich dachte wir kämpfen ich wollte kämpfen ja ich will sterben weg auf ist die gesamte kreide Das war's. Ähm, ja. Du bist wieder zu. Hey, 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 hey. DOSEN! Ja, um. Das ist cool. Mein Name ist Dr. Mondo Distrugged. Woos! Moved! Immer Moved! I want it! Welle! Lutschen! Slam! Baby! Oh! Baby Freistoß, Junge! Das ist auch richtig geil. Oh, fick dich! Da schmeiß ich den Baby rein. Du bist so. Au, lol. I hope your family has a nice Christmas. Alter. Fackin' Karzik. Du bist am Granat gebrochen worden. Yes. Ich, ich, ich saß nicht. My Baby. Oh, Vega frisst die gesamte Kreide. Ähm, you're on doom. Yes. Man, ist ja wieder Bock, Merkel mittendrin zu gucken. Auch wenn jeder Charakter in dieser Serie ein absolutes Arschloch war. Ah, Baby! Heike! Unzake! Unzake! Baby! Ja, aber was so ein kleines Problem ist, dass ich mahne. Witzig geboren, so lange zu leben. Bist du ein Mr. Meeseeks, oder was? Ja. Du willst die Welle? Ja, Autorun! Nice! Guter Flash! Ja, ähm. Oh, fuck! Ich will nicht sagen, aber irgendwie fehlt irgendwie damage. Ja, weil ich kann legit nur, ne, ich sterb halt. Der ist legit only death. Zwei Grimmer. Zwei Grimmer. Zwei. Zwei. Faced. Komm, ich will wenigstens noch einmal durchlaufen und zu Ende bringen, was sie angefangen hat, mit dem Ficker hier. Bei dem, mit dem Game können wir doch nicht enden. Ne, können wir auch nicht. Baby! Ja, weck ich hab' wir fällen. Fälle! Baby! Das ist aber mein Stück. Wenn ich einer beende, dann bin ich das. Aua! Hey, Vorsicht! Wuh! Baby, das wird ganz gut dabei sein. Ja! 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 Je FOIS DÉTIT! BABY! BABY! NONONONON! OOOTCH! BABY! OOOTH! Welle! ich bin jetzt zu ende was ich angefangen habe damit die kunde wird gleich wieder baby busch Le... Le bush. Lock in here! Yo! Dongeeeen! Dongeeeen! Wow, la dongeeeen! Dongeeeen! Jetzt machen wir alle nur noch Dongeeeen! Mama, sie machen ein komisches Geräusch! Dongeeeen! Alle Kinder auf dem Schulhof! Dongeeeen! Dongeeeen! Und tanzen so einen indischen Tanz, Alter! Ja! Interesting! Können da vielleicht Brüste helfen? Immer! Cool, unser nächstes ist wieder da! Unser nächstes ist wieder da! Unser nächstes ist einfach Respawn! Ich meine das andere Scheiß Ding da! Ja! Oh, Kies! You need to go eat! Können wir das Match wieder time outen? Nein! Oho, ey! Jao! Also ich schmeiß Babys in den Busch! Ihr müsst zu mir bauen! Hallo, ey! Dann! Ja, super! Ich bin dabei! Ich bin in den Hilden! Ich bin in den Hilden! Ich bin in den Hilden! Die fliegt uns einfach mal bei ihm! Nein! Nein, du gehst nicht zu dein Nami! Und so war mein Name Kloppi ist! Oh Shit! Kloppi! Flash! Come on! Feig mich! Du Prick! Komm her! Kämpfe mit mir! Was macht ihr da eigentlich, Mann? Jetzt kämpfe mit mir! Was heißt denn? Ich kämpfe mit den Beinen! Was macht ihr denn da? Ich kämpfe mit dem! Aua! Oh nein! Nein! Komm! Alter, das könnt ihr mich nicht antun! Einmal rein! Oh! Läuft! Oh no, you don't! Alter, weißt du? Ich fahre den fucking Swain und den Vega gleichzeitig! Junge, der Käfer hüpft halt immer weg! Jo, komm ruhig, ja! Du schlägst so 20 mal nach einer Flieger, aber es geht halt einfach nicht! Oh fuck! Ja okay, ich bin gone! Ich hau gleich wieder so hart auf deren Nexus, dass sie nicht mehr wissen, wo man unten ist! Sie haben die Schnauze voll von den Fickern! Oh ja! Oh ja! Hey Swainy, Baby! Remember me? Hey Swainy, Baby! You remember me? Oh voll! You remember me?! Und you?! Was ist mit dir, Vega?! Yo! Au! Ich hab noch meinen Pum. Ich hab noch mal einen Pum. Ich hab noch mal einen Pum. Ja! Baby! Oh! Perfekte Welle! Hehehe! Okay, Tschüss! der schussberg deine mutter ist weg weg vom klo was das denn ja baby tight callers blessing what it caller die kommische jungen Los Klima, los Klima, los! Wir brauchen mehr BBs im Busch. Wir brauchen den Aufnahmen, den Yankee. Wut! Wut! Das ist Batman Hall, go! Wow! Du musst euch gehen, aber ich bin ein Baum. Loll! Ähm... Wiss ich! Alter! Ihr wird das doch gedreht haben! Alter! Me too! You wanna go skateboards? You wanna go skateboards? Ich bin ein Baum. Ich auch. Alter, ich hab 42.000 Schaden an Enemy Chabets gemacht. Jesus! Ich bin ein Baum. Du willst kämpfen? Hab gehört, ihr wollt kämpfen? Wollt ihr eins noch, oder sagt ihr euch, das war's? Boah, eins noch. Na gut. Für mich reicht schon. Na mal! Du musst jetzt mitmachen. Du hast eins noch geschrieben, also musst du noch zwei unterschreiben. Komm mit! Das ist wie mit dem Trinken. Na los, Klima! Für mich, mein Schätzchen! Nein! Oh! I'm sorry! But I can't! Oh! 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 Warte! Warte, wo ist mein Messer! Nein! Stopp! Jetzt hängt es die ganze Zeit! Sorry, aber ich kann nicht so viel. Ich kann nicht so viel neu spielen. Das ist schrecklich. Oh! Na gut, dann machen wir eins. Bibi! 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 Okay, ich queue einfach. Okay, ich queue einfach. Ja, dann queue einfach. Komm, machen wir eine ohne. Bibi! Wenn das Game wieder abgestempelt wird als Fehler. Äh, Basti hat geschrieben, er würde mitmachen. Dann komm online, dann laden wir dich ein. Ist da eigentlich? Ja! Und damit da, get fucked! So, es ist mir der Twining Reset. Bum, 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 bum! Wirklich wieder im Mund. das ist das schickste mundolowenia mundolowenia hmm that blows ich will mich ja lieber kennen oh aber wenn Timo frei ist dann bin ich lieber in the fucking cunt zur society rein die Olga na komm can't do it hallo mein name ist und ich hau dir voll auf die Fresse aber ich liebe es ein Fehler im System zu sein das ist Timo na wie sieht es aus Leute letzte Runde haben wir doch noch gesagt wir sind ja immer so vor allem ich habe immer noch so vielleicht liegt es daran dass mein letzter Stream jetzt ein bisschen her ist aber ich habe aktuell ich habe gerade voll Bock muss auch mal gucken vielleicht mache ich gleich nochmal so eine kleine kleine Testaktion von dem was ich da gestern woran ich da gestern gebaut habe Timo und Mordekaiser what Camille Attack on Titan achso weil du hast gesagt Attack on Titan Timo ich so hä nein ich habe gesagt oh Gott ihr habt Attack on Titan Timo und Mordekaiser ja das das Komma war da nicht so drin ich kenne der eine ist einfach mal Mäntel Brumm Brumm Mäntel Brumm Brumm weil er hat den selben Skin aber ich glaube eher nicht dass es der selber ist kurz kann ich irgendwo im Gegner schauen kann ich noch kein das options leblank nein ich bin jetzt hier ums mal gespielt na ist nicht dasselbe na ist nicht dasselbe na deswegen habe ich gemacht das hat mich verhängt ja das ist jetzt der hier nicht ok so waffnete und abgefuckt hallo mein name ist mordekaiser ich habe eine riesige die haare und ich hau dir voll auf die fäuser penta kill mordekaiser einer der besten skins das ist was das ist was das ist was ich muss ganz so ein solo spielen Mein Solo war zu stark, er hat den Hook deflected. Busy having a stroke. Nicer Flash, Bimbo! Lass die Blitzkrieg auf dich her! Komm her, du schaune Sau! Ich bin hier! Goodbye, mein Freund! Goodbye, Giorgio! Wie reich hast du mein Leben? Nö, Doja! Doja! Do nein! So vielleicht! Honk! Wie wärs mit dem ich nicht 20 Sekunden klären? Klingt fehl! Ich wurde halt gerade von Alistar genockert, dann genockbacked, in weicher Stun, und dann war ich wieder gestarrt. Hala! Hey! Hey! Au! Oh no! So schaun! Oh Gott, der wurde richtig gemütet! Was kommt, ist das? So schaun! Der wird mit Target wechseln! Was? Pain? Kein Pain! Pain! Super Pain! Du lebst! Was? Da kam die Paus! Ganz geil, wie der mich im Fokus hat! Dich werde ich härter fisten, Minion! Punk! 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 Princess! S locked down! Est Let's run! But that! But that! I thought we didn'tzz! But that! I thought that! freundesansprache überhaupt vielleicht sucht sie nach diamanten who knows minecraft joke funny normal ich wurde jetzt genug gegrabt hier ein solcher vom drim�strich skin koos das verdammt 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 Oh lord. Grumble for my Dixie. Donjon! Der Sargent, der hier ist Papa Irakki, was der Donjon? Oh no! Oh shit! Du Jocke! Natürlich ist hier bitte alles andere außer meinen Tag. Donjon! 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 Mein Name ist Mordecai, ich habe eine dicke Krone auf dem Kopf. Ist das nicht ein Helm? Nee, wenn man jemanden im Deathbrand schüttet, hat er eine Krone. Er hat eine Krone! Er kriegt eine Krone, wenn jemanden schüttet mit einem Deathbrand, ja? Oh cool, thanks! Er ist so fucking dumm, dass ich jetzt grad nicht mein Target mal wieder nicht kriege. Alter! Und warum ist? Ich nicht! Donjon! Ich seh's mal wieder! Oh fuck! Das Game ist natürlich wieder retarded für mich, ey. Weil meine Target mal wieder nicht zu mir kommt. Ich werde dich aufhalten. Ich werde dich aufhalten! Oh Gott, kacke da... hallo mein name ist timo in einem fucking present das ist langer zeug motto soll das sollte reichen für eine runde die baut man ammune das ist meine e gegen die falsche richtung gut ich habe gerade echt die schnauze voll der grab nur mich ich bin immer noch am leben ich kämpfe bis ich sterbe du willst kämpfen und dann gehe ich ins deathrame und dann vielleicht ist doch wo sind denn alle wo sind denn alle ich würde die fucking zwitter irgendwie wenigstens auf einen hauen oder wenigstens selber killen oh die faust war gerade sehr nah aber dann, ich habe ihn immer noch mal ich habe ihn immer noch nicht ich habe ihn immer wieder ich habe ihn immer wieder also ich bin halt der meinung mordecai sagt die am besten klingenden auto auto attacks das klingt richtig gut bonjour bonjour Die kriegt eine Kritt-Animation, weil sie aufgelöst hat. Das war eine AD-Crit-Animation. Da flogen eine fucking Q. Könnt ihr mal aufhören, meine Pilze zu hauen? Dumme Sporsten. Du ziehst dir Senf. Ich hasse es. Morde kommt, Leute. Ich beschütze die Frau in meinem Leben. Mach sie auf. Oh, Zonk. Alter, den blipzt Crank. Ja. Jo, genau. Genau. Als ob ich den jetzt nicht kriege. Komm her. Geht doch. Oh, du dreckiger Flash-Bustard, Alter. Dreckiger Flash-Bustard. Das mach ich auch noch kaputt. Kommt jetzt mal her, aber so voll, als werden die ganzen Marks jetzt gerade für mich Joss-Lette irgendwie. Kindle skaliert, dass er vier Marks, glaube ich, oder du weißt. Wow. Erst dann kriegst du Boni. Dumme, irgendwie. Dann kriegst du mich jetzt am besten. Ach, weil der Wegas und Lois bin ich gegen Kräger, überhaupt. Ja, was habt ihr eigentlich gegen mich? Ihr nehmt mir meine Fee, meine Olds, indem ihr fucking euch ein dummes Reagenzglas kauft. Aber guck mal, da kommt mein großer Mega-Ritter und der ist toll. Der besteht aus fünf kleineren Rittern. Was könnt ihr? Oh, der fucking... Ach, der Wizard ist tot. Korb, der hat thank You. Man, ey. Skiggity bop-bop! Skiggity bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop-bop. Angst, waren wir, die mit der originale Seine tritt. Have fun fucking the bridge! Das hat der Wizard ey. Oh, der Benchie. So. Toll halt. YICE! Die ist gut. Ja. Ruh! Ey. Ich werde doch mal die... äh, mein Target nicht kriegen. Ja, fucking... Oh, oh mein Gott! Fucking Bitch, yes! Ja! Und nu? Und nu? Ihr Menschen ohne Fähigkeiten? Hä? Eine, eine... Was passiert da? Oh komm, den hole ich dir. Ich bin eine Maschine! Ich bin für den Krieg gepoppt! Ja! Gib mir die Fähigkeiten! Gib mir die Axt! Warum nicht? Irgendeiner lebt noch. Ja. V-Uneigenschaften. Geh' ich! Hol' ich dir! Pfff! Ich weiß nicht, dass es läuft. Oh, Leute! Geht's zu kämpfen? Erstmal, aber erst mal ein Körderer mit dem Morde, okay. Nee. Ja, weh. Also, jetzt ist mal Schluss hier, ne? Alles weh. Alter, es kommt Kassenstahl. Weh tut sich Schmerzen. Nein! Ja! Jo! 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 Was um! Nein, die ganze Zeit im Stun! Ist klar! Oh shit! Jetzt bin ich aber tot! Morde fake! Oh nein! Ich krieg's schon wieder gar nicht! Der Ritter, der aus fünf kleineren Rittern besteht! Shut down! Der kauft sich jetzt einen Rabadon! Die Full-HP-Morde, es muss zimmern im Gesicht, sonst taucht das nicht! Ich kann da jetzt grad nur die ganze Zeit rum, Rant. Nee, weil... Buh! Hm? Targets! Ja! Das Witzige ist halt, ich bin ja nicht mal hinter Vega hingegangen. Trotzdem wurde ich jetzt, äh, permanent, äh, cc'd bis zum Tod einfach mal. Ich muss Vega, by the way, töten, aber im Deathframe, der kriegst du eine AP. Problem ist halt, ich muss halt, äh, äh, ich muss den Ritter fördern. Heller. Hä? Jo! Jo! Oh, mein Wege! Wie konnte der mich sehen? Scheiße, jedes Mal! Hey! Hatte wer von den Oracles? Ja, aber das geht doch nicht so weit! Danke, Serge! Danke! Danke! Bitte, warte, danke! Ich hab jetzt grad mal, endlich mal wieder Target bekommen. Ich hab fucking Rosedra, mein Leben hat wieder einen Sinn. Bin nämlich, ich nehm die fette Kuh. Micke! Ich hab mit dem Kampf drei Verkundtes gespuckt. ich hab nashers tooth by the way gebaut großen bösen zahn mit dem kleiner result das ist ein api Alter. Ich kann mich gar nicht bekämpfen. Oh. Klar. Da will ich aber nicht rein. Okay. So. Mein nächstes Target. So. Oh, bekämpft. Und jetzt? Frau ohne Eigenschaften? Ha? Frau ohne Eigenschaften? Was ist denn? Ich kenne mich jetzt erstmal. Jawohl. Go. So. Oh, es kann doch hier mein nächstes Target, wenn ich die überhaupt wählen darf. Ach ja. Ich bin jetzt pranked. Bop her. Jo. Ins reich der Schaden. Alter. Wir füttern. Jawohl. Jetzt hab ich weggekrittet. Jo. Haha. Every time you kill me, I get stronger. Du musst einfach rumgeschleudern. Ja. Weißt du, was sie nicht wissen? Sie haben mich gerade getötet. Da hatte ich 300 RP. Jetzt hab ich 600. Schade. Vielleicht sieht das aus wie in diesem Video, was wir geguckt haben, wo es einfach geplatzt ist. Also meinetwegen Target Queue macht 880 Schaden. Aua. Ich will Vega töten, der krieg ich nochmal mehr. Und jetzt 410% davon sind nochmal 40. Ja. 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 Aber dann Menschen, wenn du nur Leute mit small pipi kaufen. Ja. 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 Ja, der Wizard flasht. Ich guck, das ist ein Salsa. Hä? Mein Deathframe ist grad abge... Lord, das hat mich die QSS'd. Yo. Ich hab mein Deathframe grad die QSS'd. Lord, das geht? Ja. Ja. Ich hab einfach mein Deathframe gequicksilver slasht. How the fuck dare you? Ich hab geguckt, deine Mutter. Hm. Junge, ich bin zwar AP, aber trotzdem hab ich live-spiel. Oh, okay. Außer nicht. Bei so'n Kampfhaut. Alter, weißt du was? Ja, komm. Ruck mich zur Power. Immer Death. I'm alive. Thank you. Okay. Okay. Oh, okay. Okay, der ist hier hier. Okay. Komm zurück. Ja, Alter. Entendlich. Alter. Hey, wie hat das ihr surviveiert? Oh mein Gott. Ein Irkann. Komm zurück. Ha-ha-ha-ha. Bye, bye. Bye, Jojo. okay das ist genug lol ich habe 65.000 schaden mr magic resistent benches gekauft okay kein wunder der ein ap item der rest ist die kauft halt ein bisschen menschen zwei menschen ist es eigentlich recht gut dabei kriegt er kein leben und er ist trotzdem gestorben ich habe trotzdem vier millionen schaden drückst ihm halt alles ins gesicht so ich mach mal lol aus aber kleines bisschen geht